Moin mir da und herzlich willkommen zurück zu Kaizo Mario Galaxy. Ihr seht, ich habe den Timer mal ein bisschen umgestaltet. Wir lassen das mal mit den Millisekunden. Das ist ein bisschen useless, habe ich mir gedacht. Aber, keine Ahnung, ein bisschen ruhiger da unten, sage ich mal. Einfach ein bisschen ruhiger. Ja, heute wird es lustig. Wir haben hier noch ein paar Sterne, das auch. Ich fange jetzt mal mit der Feuereruption an. Ich habe hier schon einen Kamm. Das ist ja wohl jetzt hier Jacke wie Hose. Da ist doch jetzt klar, was man hier zu tun hat, oder? Hier, die Dinger muss man machen. Junge. Kommt der nicht weiter? So, ich mache mal. Und jetzt bist du wieder für mich da, wa? Immer noch nicht. Nein! Oh Mann, wie blöd. So kann man ihn vielleicht so nach links so langsam verschieben, kann ich mir vorstellen. Hier ist sonst nichts. Ich meine, ich kann auch natürlich nochmal versuchen. Ich bin mir relativ sicher, dass das möglich ist. In seiner tatsächlichen Form. Ich frage es halt, ob sie überhaupt sein muss. Ich weiß gar nicht, was hier so, ob hier irgendwas drin ist. Ich würde es gerne mal ausprobieren, bitte. Weiß ich ja nicht. Oh. Hier ist wirklich sehr viel weniger drin, als ich dachte. Muss man einmal mal sagen. Hm, das ist schlecht. Hier gleichzeitig ist es natürlich gut. Wir hatten ja auch einen anderen Stand, den wir irgendwie noch machen wollten. Also von daher mache ich den jetzt einfach zuerst. Und zwar hier. Hups. Junge, mach diesen beschissenen Job. Ich hasse alles. Warum macht der das manchmal nicht? Oh, dieser fucking Vulkan-Dreck hier, ne? Oh. Au. Wow, das klappt wirklich besser. Wow, die Wi-Mode ist echt kaputt, die andere. Jesus Christ. Das ging überhaupt nicht gerade. Das war so nervig. So, und jetzt muss ich schnell sein hier. Jetzt muss ich die alle mitnehmen. Ich hoffe, das reicht. Keine Ahnung. 108. Ich habe ja ein paar. Nicht bekommen. Ich weiß, dass hier noch ein paar sind. Ich bin mir auf jeden Fall sicher. Komm. Bitte gib mir einfach... Lass mich einfach auf diesen anderen Planeten zurück. Ja. Ja, ja, ja. Sehr schön. Wow, die andere Wi-Mode ist echt kaputt. Krass. Ich komme... Also, das war... Boah, hat mich das wieder mal aufgeregt. Diese Drecks-Wi-Mode. Dieser scheiß Schüttelsprung hat einfach nicht geklappt, ey. Meine Fresse, ey. Und jetzt danke. So. Okay, ich kann die andere Wi-Mode nicht mehr verwenden für Galaxy. Das ist echt... Rough. Das ist schade. Das funktioniert. Das funktioniert nicht so gut wie jetzt gerade. Ohne Schwein. Das war gerade echt großer Unterschied. Boah, war das nervig. Ha. Ey, ich war schon wieder auf 180 gerade, ne? Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich könnt ihr das euch vorstellen. Uh. Die mag ich gar nicht. Können die weggehen, bitte? Danke. Ah, da ist der letzte. Okay. So. Zack. Ich glaube, da kann ich auch in der Mitte stehen. Ist die Frage, wo spaut ihr Stern? Hm. Okay. That's okay. Ich glaube, in die Richtung ist das hier. Ja. Boah, das war doch ein netter erster Stern. Ich habe nur herausgefunden, dass meine Wi-Mode nicht funktioniert. Sonst alles gut. Dann kommen wir uns jetzt um das andere kümmern. Ja, okay, komm. Ich versuche einfach mal hier rüber zu kommen. Muss ja irgendwas bringen. Also nicht genau, wie ich das mache, aber... So, zum Beispiel. Huch. What? Oh. Das ist eine Invisible. Eine Wall. Da komme ich nicht lang. Okay. Okay, okay, okay. Holla, die Wald, wie wohlt der ganz hin? Junge. Where the fuck are you going? For real? Ja. I feel like... Der wird schon ungefähr in die Richtung hier gehen. Ja. Ist an. Also. Alter, hatte ich gerade Glück. Das war richtig lucky. Lucky. Nee, for real. Okay, cool. Nehme ich. I'll take it. Das war gerade echt hilarious. Okay. Na dann. Lass uns das jetzt mal nicht verkacken. Weiß nicht, wie ich das jetzt verkacken kann. Ob das hier irgendwo verkackbar ist, oder... Oh Gott. Wah! Alter, der hat voll den weirden Long Jump gemacht gerade. Habt ihr das gesehen? So. Okay, man darf einfach nicht den Wall Jump an... Den Long Jump an Stellen machen, wo es Sinn macht. I can do that. Okay. So. Okay, Nummer 5 ist vielleicht hier drin. Who knows? I don't. Ja. Ich würde sagen, bitte mich nicht treffen. So. Oh, das sieht schick aus. Das ist aus dem... Ich weiß die ganze Zeit nicht, ob das aus dem originalen Spiel ist oder nicht. Aber wenn ja... Dann cool. Und wenn nein, auch cool tatsächlich. Immer cool. Das ist die Frage, kann ich die überhaupt killen? Oder kommen die neue? Nee, die kommen nicht neu. Das ist die Frage, ob ich die killen muss. Ah, das ist... Hm. Aber das stelle ich mir gar nicht so einfach vor hier. So. Na ja. So, wie kriege ich den jetzt hier rein? So. War das im originalen Spiel? Oder war das deine Bombe? Ich kann mir vorstellen, dass das deine Bombe war. Well, anyways. So. Challenge Ball. Äh. Kann ich lesen? Ich will lesen. Hey! Schildtiff. Ja, ja. Alles gut, Schildtiff. I'm fine. Warum sind hier die langsamsten Kometen der Welt? Und das ist tatsächlich schneller hier. Pretty sure. Ah. Das ist so. So. Oh, ah. Und dann hier rüber. Und dann ist langsam. Dann ist wieder schneller. Nein. Was mach ich da? Oh, wie dumm, Alter. Das war ja richtig dämlich. Ich versuch mal. So. Ah. Was? Hä? Warum ist der... Der ist nicht so sehr nach vorne gegangen, wie ich eigentlich wollte. Na ja. Ich dachte... Vielleicht kann man das skippen und einfach so zack, zack, zack machen. Ihr versteht, was ich meine. So. Ich bin jetzt hier. Ich silly goose. Warum auch immer ich das echt nicht... Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich da jetzt gerade verrecken konnte. Ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal. Oh Gott. Waren da immer schon so viele Löcher? Ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so anders. Aber irgendwie anscheinend auch schon hier. Naja. Ist okay. Ist okay. So. Ich wollte sagen, bitte Plattformen. Plattformen. Ja. Und zack. Okay. Schön. Schön, schön. Wir sind da. Müssen wir nur noch an den Sternen kommen. Das ist natürlich jetzt eine lustige Idee. Ich hoffe, die sind nicht zu weit weg. Nee. Alles gut. Ja. Okay. Alles gut. Geht doch. Geht doch eigentlich. Geht doch. Also bis jetzt. Okay. Machen wir weiter. Ähm. 100. Wir werden heute dreistellig, ja? Wir werden heute wirklich dreistellig. Bin gespannt, ob das klappt. Der Dino Piranha. Okay. Der Feuer, oder was? Okay. Ist das ein Problem? Ist das was Großes? Ich weiß es nicht. Und da ist die Röhrergeer. Dann kommen wir wohl hin. Wenn da keine Invisible Wall ist. Das ist jetzt die Frage. Ist da die Invisible Wall noch? Probieren wir es. Au. Oh mein Gott. Ja gut. Okay. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Und eins. Und ja. Okay. Ich bin da. Das sieht doch gut aus. Frage zeige ich. Was war das? Warum ist der da? Ist da was? Der ist nichts. Warum sollte man das tun? Ich bin verwirrt. Hier ist stuff. Ah. Aber hier kann ich hin, oder? Ja. Weil die sind auch verändert. Auf jeden Fall. Oh Gott. Na, schauen wir mal. Ob wir hier überhaupt zu irgendwas kommen. Kommen wir tatsächlich. Okay. Okay. Na dann. Ich muss mal alle von den Viechern besiegen. Kann das sein? Kann ich mir vorstellen gerade. Weil hier ist sonst nichts. Oder man kann hier irgendeinen lustigen Sprung machen. Vielleicht da hin. Vielleicht kann man da hin. Na, einer ist noch da. Schauen wir mal. Tatsache. Okay. Das wird jetzt natürlich wirklich ein lustiger Sprung. Äh. Wart. Okay. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das jetzt ein Problem wird. Interessant. Ja, ich bin mir gerade unsicher, ne? Triple. Oh. Aber da war da irgendwas, war da gerade mit der... Auf jeden Fall. Ja. So. Zack. Schön. Es ist immer der Triple Jump. Ich hatte das Gefühl, da wäre man auch so hingekommen, oder? Also keine Ahnung, aber... I guess. Nicht. Und wie weit... Geht das? Ich weiß nicht, wie... Ab wann ich die berühren darf hier. Das ist ein Problem. Außerdem brauchen wir Sternteile für den Gumeluma, ey. Wo kriegen wir die her? Ja. Oh. Well, that's nice. Geht es hier hin? Stabil. Hä? What? Oh. Oh nein. Well, that's it, I guess. Was? Äh. Stopp. Was? Wie soll das denn funktionieren? Eins. Zwei. Drei. Ist hier irgendwo was, was ich nicht sehe? Holy shit. Okay, das ist crazy. Das geht? Das ist ja krass. Okay. Oh Mann. Ja, dafür muss man halt, äh... Na. Das schon hinkriegen. Äh, der macht aber nix an der Stelle. Das ist immer ein bisschen weird. Also irgendwie... Ich hab trotzdem... Ich hab jetzt doch nicht das Gefühl, dass das... Ich kann da keinen Wandsprung dran machen. Also der macht das, aber dann kann ich keinen Wandsprung machen. Und ich verstehe nicht ganz wieso. Also da ich drück A wie ein Wildern, passiert nix. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, ich hab's. Okay. Ich hab noch den Rest hinbekommen. Aber irgendwie... Anscheinend, ich war grad hoch genug oder sowas. Keine Ahnung. Na, da geht's nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Das hab ich auch geschafft. Krass. Crazy. Ich nur noch... Das allerletzte, das da bekommen. Ja. Oh Gott. Ich würd's schon cool finden, wenn ich das jetzt schaffe. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Tatsächlich. Ich bin mir relativ sicher, hier war der Punkt, wo man... Ja, genau. Hier konnte man richtig gute Sternteile farmen. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil die Sternteile immer verschwinden. Das ist schade. Sonst wäre das nämlich hier wieder eine gute Möglichkeit gewesen. Aber wenn man jetzt stirbt, kriegt man ja doch keine Sternteile. Das war in Galaxy 1 anders. Was haben die geändert? Die Banausen. Also... Naja. Wenn wir das jetzt schaffen, wär cool. Ich glaube nicht. Wir haben wirklich... Wenn wir jetzt noch ein Leben... Naja. Mal schauen. Die ist wahrscheinlich wieder schneller gemacht, oder? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Nein. Ja. Oh mein Gott. Das war close. Oh mein Gott. Auch das war sehr close. Ah, shit. Ich war greedy. Ich war richtig greedy gerade. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Als ob. Boah. Oh mein Gott. Gott, ey. Das kann man sehen, was ich hier mache. Also... Ja. Es scheint so, dass es halt geplant war, dass man hier mit einem Leben ankommt. Ich glaube schon. Ach Gott, Junge. Was zur Hölle tue ich da? Aber hey, das... Das ermöglicht uns wenigstens ein... Ich sag mal, definitiven... Zuwachs an... Sternteilen. Ist auch ganz nett. Jetzt. Nein, doch nicht. Und nicht in die Flammen rennen, Alter. Jetzt. Das war's. Sehr schön. Okay. Also... Schön. Okay, gut. So. Wir haben hier alles. 112 Sternteile. Super. So kommen wir auf jeden Fall dem Ganzen näher. Generell glaube ich eigentlich nicht die schwierigste Mission, wenn wir wirklich mal... ein bisschen grinden müssten. 99. Ah! Einer noch. Einer noch. Dann sind wir dreistellig. Ich fass es nicht. Ja, und dann nur noch... Weiß ich nicht. Approximately fünf Parts. Das ist wahrscheinlich sechs. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist nicht euer Scheißerze. Wirklich! Warum ist das der Boss? Das muss doch der Boss sein. Nein, das! Okay. Well, interesting. Das Einzige... Weil, ja... Gut. War auch tatsächlich so das Einzige, ne? Muss man auch immer sagen. Also, ist jetzt nicht so... Dass das jetzt... Ja. Also, ganz ehrlich, ich sehe das... Nicht gut. Das ist nicht gut. Weil... Oh, das Allerletzte, sich da nicht treffen zu lassen, ist wirklich nicht einfach. Ähm... Ich weiß es sogar, ehrlich zu sein, nicht wie das geht. Weil... Ja, eine ganz andere Stelle, bei der ich nicht weiß, wie man sich da nicht treffen lassen soll. Das mit diesem... Ja, genau jetzt. Wie soll man sich denn hier nicht treffen lassen, gleich? Ha! Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wie soll das gehen? So, okay. Ich kann irgendwie nicht sagen, dass ich es jetzt gecheckt habe. Aber im Endeffekt hat der irgendwie so... ...gemacht. Und dann sich auch einfach treiben lassen, hier an der Stelle. Ah! Und dann ging das irgendwie... Ja, ich habe jetzt... Ich habe mir das angeguckt, weil das ist so ein Ding, so... Ja, da kann ich jetzt... Ja, kann ich jetzt ein bisschen dran rumresten für die nächsten zwei Stunden. Oder ich schaue einfach nach. So ist mir... Das ist mir auch im Endeffekt irgendwie scheißegal. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so ein Gefühl habe von... Oh, nein, jetzt habe ich nachgeguckt. So, äh... Ne, wie... Mit irgendwas, wo ich mir denke... Ja, gut, da habe ich jetzt actually Chancen rauszufinden, wie das geht, so. Weil das ist doch einfach... Komm, das ist doch Schwachsinn. Mir wird viel zu wenig Informationen gegeben dafür, ähm... Ne, komm. Dann lassen wir das. Ähm... Ja. Wie ihr seht, so richtig gecheckt habe ich es ja auch noch nicht, also... Naja. Ich versuche es nochmal, einfach gleich. Dann schauen wir mal. Oh, ich raste aus. Oh, dieser scheiß Vulkan. Ohne Mist. Junge, was ist dein scheiß Problem auf dieser Welt? Ich verstehe es einfach nicht. Oh. Meint ihr einfach so? Einfach so? Mach doch deine beschissenen Jumps und fettig. Warum? Was mache ich falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist mir auch eigentlich scheißegal. Das ist so dumm. Oh. Ich editete euch Blöcke rein. Junge. Oh mein Gott. Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay. Na, cool. Na, so kriegt man es auf jeden Fall hin. I guess. Okay, ich habe gerade das Gefühl, ich habe noch was rausgefunden. Und zwar, dass man nicht beim Aufkommen auf dem Vulkan noch nach, äh, sofort nach vorne in Rutschrichtung drücken muss, sondern erst wirklich beim Sprung. Das ist sehr interessant. So. Keine Ahnung. Irgendwie so hat er das gemacht. So, der ist hier so hingesprungen und dann hat so einen Rückwärtsjump gemacht und dann lässt er sich auch wieder so fallen lassen. Und dann, ja, keine Ahnung. Oh Gott. Keine Ahnung. Kein Plan, ey. Ganz, ganz komisch. So, und jetzt. Ah, wir sind schon wieder so weit weg. Oh Gott. Oh Gott, okay. Es klappt, es klappt, es klappt. Yes. Okay. Wir sind weiter. Wir sind halt noch lange nicht da. Das ist natürlich ein Punkt, aber ja, I guess. It's a try, it's a try. Oh Gott. So, und jetzt sind wir hier. Bei dem tollen Teil. Oh Gott. Was soll ich das wirklich tun? Hm. Vielleicht sollte ich das noch ein paar Mal üben, ey. Das ist nämlich wirklich... Das ist S. Das ist zu S. Oh. M. Ja. Okay. Soll ich jetzt schon aufhören oder... Wann soll ich aufhören? Ja, ich hab's ja seit... Echt nicht einfach, ne? Das war echt nicht einfach. Jetzt stehe ich mal da ganz oben. Muss ich irgendwie in diesen blöden Stern da rankommen? Oh. Nein. Nein. Ja, lol. Jetzt hab ich's verkackt. Das war wichtig, dass das klappt. Ja, jetzt hab ich's definitiv verschissen. Nein. Okay, aber bis zu dem Zeitpunkt war das eigentlich ganz gut. Macht damit, was ihr wollt. So, ja, cool. Freut mich für dich, Mika. Nein. Ei, 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 ei. Das ist schlecht. Was macht man da? Wie kommt man dagegen an? Ich hatte mal was ausprobiert. Ich hab mich einfach hingestellt. So. Und so gemacht. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Eben, grad hat's ganz gut geklappt. Holy shit. Ja. Sehr gut. Super. Ich sag, wie das ist, hat ein bisschen gedauert, hier wieder herzukommen. Na, seht ihr im Timer. Und ich hab immer noch nicht mein Problem gelöst, eigentlich. Tatsächlich. Naja. Egal, wir schaffen das schon. Ah. Das war nicht gut. Man braucht hier schon Longjumps, hab ich das Gefühl. Was machst du da, Mario? Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, reich. Bitte, reich. Ja. Easy. Nice. Das ging irgendwie viel zu schnell. Das hat super lang gedauert irgendwie in meinem Kopf, aber es ging trotzdem zu schnell. Nice. Dreistellig, Leute. Dreistellig. Nette Folge. Nette Folge. Fand ich schön tatsächlich. Fand ich sehr lieb. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.